Hey Leute, was geht? Willkommen bei einem neuen Video! Es war nicht schlecht. Ich mach heute die Anmoderation für ihn, er hat sie bei mir gemacht so. Heute machen wir eine Challenge und zwar die Umschreiben-Challenge. Wir haben hinter der Kamera den Jamie, der hat ein Wort im Kopf, er wird es umschreiben. Ja Leute, das ist von Sascha aka unsympathisch, wir machen das Video nach. Fertig. Gibt's da? Darf er das? Darf er das? Darf er das? Ja Leute, heute mit den zwei Jungs und auf beiden Channels findet ihr auch ein Video, Leute. Und ich würde sagen, fangen wir auch direkt mal an mit dem Video. Jeder hat es bei sich zu Hause. Salve, Salve, Salve. Klo, 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 Klo. Toilette, Toilette. Toilette. Küsse. Top! Yeah! Küsse. Ja, wir haben auch. Wie bist du eigentlich? Bis 5? Ja, bis 5. Bis 5. Bis 5. 1-0. Es ist draußen. Baum. Und man kann drin sitzen. Kaffee! Krii Iglu! Krii Iglu! Nein! Hütte! Hütte! Das bringt jemanden von A nach B. Oh! 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 Also jeder Mensch benutzt es. Zahnbürste! Parfüm! Kuschke! Kloballe! Und jeder nimmt überall mit. Oh! Bäm! Alter! Shit! Man findet es im Wald. Hase! Erdbüsse! Erdbüsse! Ja! Erdbüsse! Erdbüsse! Ja! Erdbüsse! Erdbüsse! Das ist einfach heftig! Also nur, dass ihr bescheid wisst, Leute. 2-2-0. Marcel findet immer Erdbüsse im Wald. Erdbüsse! 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 Ich habe schon Pilze gekauft! Ich weiß auch nicht! Das ist in Amerika eine beliebte Sportart. Rugby! Football! Was? Rugby! Rugby! 2-2-1! Also... Das ist der Vermieter! Das ist der Vermieter! Das soll ich aufmachen? So Leute! Es steht mittlerweile 2-3-1! Und es geht weiter! Was findet man im Bauernhof? Kühe! Hühner! Eier! Stroh! Man benutzt das... Traktor! Dings! Bruh! Bruh! 2-3-2! Ich bin die Frage! Ähm... Also ich denke mal, dass jeder das zuhause hat. Kondorf! Fernsehschrank! Fernseh! Ey, Digga, warte mal! Das stimmt nicht! Die haben vorhin was abgemacht zusammen! Ohne Witze, die haben zusammen was abgemacht geredet, Digga! Er sagt das nicht noch nicht mal zu Ende und du sagst im Fernseh! Boah, hast du irgendwas geflüstert? Ich würde es auch schwören! Ich habe mich ja mit dir nichts gehört! Doch, Digga! 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 Ist mir egal! Guck mit dir! Scheiße! Wenn dann bin ich ein Charapolierer! Das ist kein Sinn, ey! Das stimmt nicht mehr, Juni! Als Faker-Gewinner! 3-3-2! Hast du das so mitbekommen? Äh... Es ist ein Tier! Ein Huhn! Giraffe! Äh... Tiger! Affe! Kakerlake! Ratte! Spinne! Spinne! Egel! Stinktier! Egel! Stinktier! Stinktier! Ist das dein Auto? Der hat das wurde eingebrochen in dein Auto! Ach so, mach gewinnt! Das nächste ist auch ein Tier! Eine Spinne! Hegel! Giraffe! Äh... Der weiß das einfach! Ihr habt euch abgesprochen! Wir haben auch was mit Tieren zusammen! Deswegen bin ich ja gerade hochgerannt! Da hat ja gerade in dem Moment mir das GPS in mein Ohr geflüstert! Also... Hey du meinst jetzt aber nicht Öl! Sonne, Planet, Maus, Erde! Digga! Das ist mal aufgerechnet! Ja! Mach weiter! Schrank! Also... Man zieht es im Winter! Pullover! Jacke! Was? Man zieht es im Winter! Jacke! Pullover! Hose! Pullover! Pullover! Hose! Hose! Nur noch ein Pfund, Leute! Ich hab erst verstanden, man zieht es im Winter! Man zieht! Du musst... Red mal Deutsch, Junge! Ja, okay! Man zieht im Winter! Was zieht man im Winter? Schlitten, Alter! Ja, ist schon... Ja, ist schon okay! Ne, passt! Okay, warte, nächste! Auch trocken! Okay, auch im Winter! Schlitten! Schneemann! Hey, 4, 4, 4! 4, 4, 4! 4, 4, 3! Jetzt kommt die entscheidende Frage! Jetzt kommt die entscheidende Frage! Mach was Schwieriges, Digga! Okay! Stuhl! Man sieht es immer im Dunkeln! Fläger, Maus, Sonne! Mond! Licht! Warte! Warte, 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 warte! Warte, 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 warte! Was sieht man? Licht! Handy! Ja, man sieht es im Dunkeln! Sterne! Mond! Was? Sterne! Ja, Digga, Alter! Ich konnte nicht mehr nachdenken, was du geschrien hast, Alter! Warte, Leute! Ich meine, in solchen Spielen bin ich eher ein King, deswegen... Jo! Wahrscheinlich! 5, 4, 4! 5, 4, 4! Klarer Sieg! Ha! Klarer Sieg! Klarer Sieg, sagt der Leute! Oh mein Gott! Leute, wenn ihr Bock auf weitere solcher Videos habt, wie gesagt... Ich würde sagen, nächstes Mal mit einer fetten Bestrafung, ihr lasst es unten mal alles in den Kommentaren so, uns wissen so, was für Bestrafung zu am Start wären. Das hauen wir dann in den nächsten Challenges rein! Und so... Jo! Ich fick dich! Und so, ciao! Haut rein, Leute! Mann, anderes Ende! Nein, Leute, das kann ich nicht machen! Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen! BAM! Neue Video wieder! Macht's hier unten! Haut rein! Ciao!